Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag und dem Beagle. Da ich für das andere Gebiet irgendwie entweder zu doof oder zu schwach war oder beides, will ich jetzt auch nicht ausschließen, bin ich jetzt wieder in mein erstes Gebiet zurückgegangen und guck mal, was ich hier ein bisschen regeln kann. Ist ganz schön viel Loot. Was haben die denn gemacht hier? Und wenn ich genug habe, gehe ich mal gucken, was ich aufbessern kann. Aber erstmal muss ich hier Gebiete erschließen. Geh mal ein bisschen... Äh, nee. Die sind ja einfach, aber das ist nicht so einfach. Muss nicht sein. Eine Brick auf Stufe... Wird gehen, ne? Wie wäre es, wenn wir die hier aber machen? Eindliches Krieg, Chef! Feuer! Feuer! Erraten, wir können sie lahmlegen! Feuer! Bereit zum Schießen, Käpt'n? Nee, nee, nee. Ich will die auf gar keinen Fall erwischen da hinten. Sie darf uns auf keinen Fall räumen, Käpt'n? Feuer! Wir haben sie verbunden, Käpt'n! Feuer! Feuer! Ja, irgendwas möchte ich halt erreichen. Ich weiß noch nicht was. Kriegen Verstärkung! Wieso kriegen die Verstärkung? Ach, komm... Oh, no! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! 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 Geht mir feuert! Geht mir feuert! Nein! Nein, sind wir nicht. Feuer! Die Brick will ich nämlich haben. Feuer! Ihre Schwarzstein ist aufgeschönt! Schießt! Ecker! Geht mir die Gäste! Dass wir uns nicht ran könnten! Achtung! Vorsicht, Käpt'n! All die Klappe! Gold! Auf den Grund! Feuer! Bereit zum Feuer! Niemann auf den Punkt! Feuer! Geht mir heu, Käpt'n! Bearmt, nee. Kann sein, ist mir egal. Ich beeile dich mal ein bisschen. Ich muss hier... ...entern... ...und Schiff reparieren. Nee, ich kann das Schiff nicht reparieren. Ich brauche... Ja, enter doch! Sag mal, bist du doof, Edward? Oh Gott, warum enterst du nicht? Oh Gott, ich hab nur... Ich hab jetzt nicht wirklich einen Crewmitglied... Töte ihn doch, töte ihn doch, bitte, bitte töte ihn endlich! Ja, aber die will ich unbedingt mit zur Kenway-Flotte aufnehmen, weil das ein großes Schiff ist. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Sehr zügig die Kleinen plattmachen? Sie wird uns hin! Was? Nein, ich will nicht. Feuer! Du wirst uns versehen, Feuer! Leid ich nicht. Wir haben Treffer eingeschweigt! Kein, ich ist Feuer! Feuer! Ich muss hier weg. Tschüss! An Steuerkämpfen, du reißt uns in Stücke! Feuer! Nein! Arbeiten dran! Sie, Feuer! Ich kann nichts sehen vom Winkel her, aber es ist egal... Ich kann nichts sehen vom Winkel... Warum, Leute? Warum? Du musst ausweichen, sie will uns ran! Ja! Ich kann gerade gar nichts machen! Wir machen so schnell, wir können... Feuer! Sie haben Schaden genommen! Feuer! Sie haben Schaden genommen! Sie haben Schaden genommen! Feuer! Oh Gott, ich bin sehr nah an den... An den dran... An dem mit dem... Feuerwort, Gästen! Von Woi! Reich, aber schwierig! Ne, 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 ne! Will ich gar nicht! Alles klar für den Ausrollen! Wir müssen hier die Alten schmeißen! Echt jetzt? Nein! 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 Haben wir! Jetzt reparieren! Schiff reparieren! Und jetzt weg da. Aufnen und Trämmen! Feindliches Feuer! Halt vorbei! Okay, weg hier. Aber nur weg hier. Was ist mit dem denn? Ne, ist mir egal. Ein Wal! Tschüss! Alter, die beschießen mich alle! Bin ich hier richtig? Ja, bin ich. Es ist nur ne scheiß Höhle! Nee, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ähm... Was könnte man denn noch machen? Ist gar nicht so leicht. Was ist denn da? Crooked Island. Crooked Island. Hat keine Tiere. Okay. Hm. Ich bin ein bisschen überfordert, wenn ich ehrlich bin. Mittel. Wie ein Mittel. Wie ein Mittel. Keine Tiere. Was ist hier? Rai Tuga. Okay. Was ist das hier? Kap Bonavista. Da sind Jaguar. Was? Ähm... Also da... Ja. Setz jeden Fall Segel! Der Segel gegen ihr... Geht nach... Ich muss hier weg, ey. Okay. Werde ich nicht mehr gesehen? Segelreffen! Raus aus der Vö! Pult! Alles bis aufs Hauptsegelreffen! Okay, ich werde nicht mehr gesehen. Das heißt, jetzt kann ich ja wohl hoffentlich eine Schnellreise machen. Sie haben gesehen, da sind Tiere verfügbar, die ich brauche. Nämlich die Jaguar. Ach komm. Ja. Sorry, dass die Folge jetzt so unfassbar chaotisch ist. Aber ich bin grad ein bisschen überfordert, was ich machen soll. Hm. Ich möchte Tiere jagen. Aber wie jage ich Tiere? Brüllaffe? Da hinten ist der Jaguar. Den brauche ich. Da kann ich eine Schnellreise hin machen. Ja. Okay, der Jaguar. Er ist noch markiert, oder? Ja. 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 Ich fühle mich. Ich werde mich mal machen. Ich bin nochmal. Ich kann ihn nicht. In einem. Das ist nicht. Papa. Ah, du kannst dich nicht. Du kannst dich nicht. Du kannst du... Dänn, wirst du einst. Du kannst dich nicht. Du kannst dich. Ja, Jaguaren sind in Bäumen und jagen auch von da und verschleppen, oh Gott. Der war wütend auf mich, Leute. Der war richtig wütend auf mich. Cool. Ähm, der hat mich gehasst. Gesundheit in Besitz. Ein Jaguar. Wieso? Ich habe mehr als... What? Das kann nicht sein. Ich habe mehr. Da oben ist noch ein Jaguar. Kriege ich den abgeschossen? Ne, du bist ein Affe, ne? Aber ja, Jaguar sind grundsätzlich auch in Bäumen unterwegs, Leute. Du bist ein Wildschwein, oder? Alter, war Walda. Das ist ein Affe, shit. Wo? Habe ich ihn jetzt nicht erwischt? Nö. Jaguar, komm zu mir zurück. Komm zu mir zurück. Ich will dich haben. Wo bist du denn? So, jetzt aber. Dann habe ich gerade eine Affe gehäutet. Naja. Aber ja, normalerweise sind halt Jaguare auch auf Bäumen unterwegs und, äh, holen sich da ihre Beute. Gesundheits-Upgrade. Wunderbar. Das braucht ein bisschen. Hammerhai, ja, ja. Gutier-Pelz, wo er so, auch immer ich da sehr kriegen soll. Buckel-Wahlhaut. Ja, nee, 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 nee. Eigentlich bin ich jetzt schon ziemlich glücklich mit dem, was ich getan habe, aber wir können ja trotzdem hier auch die Truhen noch holen. Wenn ich schon hier bin, können wir auch die Truhen hier holen. Ist das die erste Insel, auf der ich war, wo ich den Assassinen gekillt habe? Wirkt so, ne? Wo, wo... Noch ein weiter runter. Noch ein weiter runter. Noch ein weiter runter. Das tut weh. Jetzt bin ich zu weit unten, oder wie? Nee. Ich möchte aber auf mein Schiff zurück. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Hm. Gibt es hier für mich eine Möglichkeit, zu meinem Schiff zurückzukommen? Oder muss ich da wirklich hinlaufen? Da ist die Jack, du. Ich muss da hin. Laufen. Traurig. Oh, die Kiste ist da oben. Nee, die Kiste ist hier vorne. Dann holen wir uns die noch. Hallo? Nimm sie dir doch. Das ist ein Toter, der mich nicht interessiert. Dann werde ich halt von hier aus zu meinem Schiff schwimmen. Mann. Oh, äh, darf ich nicht? Oh Gott. Das ist so unbeständig. Ich will einfach nur auf mein Schiff zurück. Das scheint eine schiere Herausforderung zu sein. So. Ei. Oh Gott. Jetzt rennt er davon wie so ein Feigling. Alter. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Nee, darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Dämliches Feig. Nee, 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 nee. Oh. Ich bin, ich werde irre, Leute. Ich werde irre. Ich werde irre. Ich werde... Nee, sag mal, was soll das denn? Jetzt sehe ich auch nicht mehr... Hallo? Wie unfair war das denn bitte? Also, das war jetzt richtig unfair. Ja, ja, ist mir egal. Ich möchte einfach nur zu meinem Schiff zurück. Das ist eine schiere Herausforderung anscheinend. Ich finde, hier hat man schnell so einen Punkt erreicht, wo man dann doch ein bisschen sehr genervt vom Spiel ist. Vor allen Dingen, wenn man nicht so schnell so das erreicht, was man eigentlich gerne hätte. Und dabei habe ich jetzt schon ordentlich Gesundheit, Leute. Habe ich. Ich muss vielleicht einfach noch ein bisschen mit der Haupthandlung weitermachen. Ich befürchte, es wird darauf hinauslaufen. Ich glaube, das tue ich jetzt auch. Ich muss mal gucken, wo ich eine Schnellreise da am besten hinmache. Aber erstmal gehe ich unter Deck und gucke, was ich mit meinen Schiffchens machen kann. Ähm, nee, du sollst bitte auf dein Schiff drauf. Edward, du machst mich fertig. Ehrlich, du machst mich fertig. Du machst mich auf so viel... Ja. Der macht mich wirklich fertig, der Mann. Achso, ja. Ähm. Mehr Docks hinzufügen. Ähm. Was ist das denn für ein Schiff? Ein Schoner, ne? Ja, aber... Möchte ich schon, aber ohne das Schiff? So. Meine Routen sind schon wieder... Meine Routen sind schon wieder... Auf Dauer muss ich, glaube ich, auch einiges da austauschen an Schiffen. Wenn ich das, ähm, weitermachen möchte. Keine Ahnung, wie das... Also... Es hat auch fast nichts gebraucht. Cool. Ah, okay. Das ist geregelt. Mh... Der leere Keller... Der leere Keller... Der Geschmack des Geldes... Habe ich mir gedacht... Habe ich mir gedacht... Okay. Ja, ja, ich weiß. Ich kann ja auch gar nichts upgraden. Das ist mein Problem. Wenn wir mal ehrlich sind. Wie viel Geld habe ich denn mittlerweile? Ich habe nur 10.000 Geld. Das ist nichts. Also, das ist lächerlich wenig. Hm... Gott, ich habe hier keine Schnellreise, ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwas wird, in die, ähm, Hauptmission zu gehen, wenn ich so schwach ausgerüstet bin. Aber ich habe auch irgendwie keine... Keine... Keine gescheite Idee. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist. Ich glaube nicht. Ja, das ist unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurecht stutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Walise, Ade. Und was willst du? Pastor Kitz sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ich bin nicht weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! Nee, das hatte nichts mit den Augen zu tun. Da ist die! Waffen raus! Feuer! Kanone bereit! Oh Gott, ja. Wo ist der verfluchte Pulverasse? Feuer! Na, Captain! Eine Seite genau da reif! Wir haben uns, Captain! Feuer! Halt dich von den Minen fern! Welchen Minen? Die Minenbienen! Die Minenbienen! Feuer! Feuer! Wo ist der hing, Sir? Feuer! laten weinen! Und da will ich gar nicht hin. Ich will vor allen Dingen meinen Ruferring an. Alter, was geht hier ab? Ich enter einfach mein Schiff und ihr macht dann so, ja? Vorsicht! Der ist erledigt. Äh, der weiß nicht, was er will. Ich spreche ja niemanden. Oh, das ist immer noch nicht genug gewesen. Uppala! Oh nein, ich hab ein Crewmitglied erwischt. Ne, doch nicht. Okay. Aber was geht um mich rum? Boah, ich hab das nicht mitbekommen. Da scheint ja voll die Wulle abzugehen. Kann der jetzt grad bitte verringern. Danke. Ja. Feuert ihr an, Jungs! Los! Los, Ege, los! Okay, jetzt kann ich glaube ich in Ruhe in Richtung Hauptquest fahren. Hoffe ich. Hoffe ich. Wo ist die denn die Hauptquest? Das ist es halt. Wo ist die Hauptquest? Was ist denn an dem Ort? Was ist denn da so besonderes drin? Ja. So, jetzt aber. Es gibt halt kaum coole Schiffe oder so zu machen. Ich muss mal wieder an Land und richtig Leute ausnehmen. Ich würde gerne wissen, wie weit mein Ziel halt entfernt ist. Das ist nämlich eine ganze Ecke entfernt. Charlotte. Das, da cruise ich grad durch, ne? Boah. Ich habe ja aber auch echt gar nichts, wo ich hinreisen kann. Das ist bitter. Da. Cruise kann ich hin. Da ist auch eine Schnellreise. Dann peilen wir das hier an. Einfach durch. Augen zu und durch. Meine Lieben, ich mache hier einen Cut rein und segle schon mal in die Richtung. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.